Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir uns als Bio-Branche kontinuierlich hinterfragen und dass wir auch die Unterstützung von der Bundesregierung bekommen, um diesen Weg der Transformation in Richtung Nachhaltigkeit, weil es ist kein Ziel, es ist ein Weg, wo wir hinwollen, den zu schaffen und wirklich Möglichkeiten zu haben, nachzuweisen, dass Bio nachhaltig ist und dass Bio das ist, was wir brauchen, um für die Zukunft transformativ Landwirtschaft machen zu können.